mindestens acht machen wir hier mal ein RPG ja komm, was kostet die Welt äh, Fantasy ein Grey Combo, Van Oasis und hier und dann nennen wir dann mal Nom 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 Fantasy äh, ja na, bin ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt so, da wissen wir ja flupp, das ist schon mal wichtig machen wir hier weiter oh, hier, Hype haben wir schon mal Marketing, nochmal Magazine nachwerfen ins Feuer Hi, this is Roland Keane from Smash äh, I got word that buy was working in a new game agree what is expecting regarding to the success of Nom Nom Fantasy Hype Game ah, mit wem ok, kriegen wir Hype ich weiß nicht, ob das gut ist naja, sind die total enttäuscht wenn das Spiel schlecht ist Dialogs ok, Level Design ok AI ist hier ähm so, machen wir das Marketing mal hier Magazine und Demos mal reinwerfen oh, der Hype ist aber schon richtig nice ähm, World Design wichtig, Graphics auch wichtig Sound eher nicht jetzt müssen wir nur die richtigen Leute finden so, hau rein ah, komm, hier Marketing dann machen wir eine schmale Kampagne noch dazu uh, 150 jawoll Nom Nom Fantasy Nom 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 Fantasy ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll aber ja ähm sieht auch schon okay aus New Record ich bin mal gespannt, ob das überhaupt gut wird oh, jetzt kommen die ganzen Sachen ähm ja, Train ich würde mal auch sagen don't repeat yourself für Speed Train don't repeat yourself send a vacation ganz schnell komm, kommt das Review rein 8 jo ist okay 10 okay 10 okay 8 okay ja auch sehr schön auch sehr schön am ersten Tag 500.000 gut ja da sind wir echt zufrieden mit das ist schon mal ganz gut haben wir nochmal Glück gehabt also es hätte auch in die Hose gehen können wenn wir sagen ja es wird auf jeden Fall super laufen Leute ich sag es euch das wird das geilste Spiel ever und dann ähm ja best game ever vielen Dank und dann kriegt man da echt einen auf den Deckel wenn man leider das nicht so schafft das Spiel sozusagen verkackt ups also Story and Quest very important Plattformgenre Band Oasis mit RPG ist okay so dann trainierst du hier nochmal Code incomplete du trainierst äh du researcht day night cycle das sind die günstigen und du kannst auch nochmal trainieren und zwar habe ich don't repeat yourself gemacht weiß ich nicht auf jeden Fall können wir Game Design for Pirates machen das ist schon mal schön dass wir hier schön im Plus bleiben schön schön so was haben wir denn noch hier zum researchen da ist nur teurer Schnickschnack bei mit 40 RP live äh ne wir machen erst Sci-Fi hol ich noch einen weiteren Mitarbeiter wir können das Geld noch sparen ne so ein bisschen don't repeat yourself don't repeat yourself hmm aber wir holen es nochmal ein Game Limo 350 so Santa Vacation äh Train Game Dev Gems so was haben wir denn hier research 229 277 aber sehr unausweglichen ausgeglichen Markus Schwarz naja den müssen wir hier noch ein bisschen boosten ne ok Pirates Someone Famous ich kenn den nicht train welcomes training James E. Garmack nicht dass ich wüsste dass man den kennen muss aber hier auf jeden Fall schon mal das nächste Achievement freigeschaltet wir sind voll die Achievement Hunter jawoll da bekommen sie die ersten 100.000 die sind schon mal geknackt nicht mehr in der Top 100 ok die 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 können wir im Prinzip noch den nächsten machen aber da habe ich nicht so Lust drauf train und da machen wir auf jeden Fall Game Design so jetzt nochmal kurz geguckt äh develop a sequel wie ist denn damit nämlich Die Alone Horror Adventure Plattform äh Action ist da ok äh äh ich denke mir wir machen weiter auf dem PC ne die neue Engine Die Aline will ich mal schreiben. Die Alone 2 Medium 215K Jetzt haut mal rein, Freunde der Sonne So, äh, Angel ist definitiv wichtig. Gameplay, ja Story und Quasten Ganz so So, äh, Engine, der wichtigste Typ hier ist er Sehr gut. Gameplay, da hauen wir Otaldo rein, das ist schon mal gut Und Miguel ist dann da Ja, meinetwegen Oh, da war ein 4er Blob Ist auch interessant Haut rein Haut rein, Freunde, immer weg da mit den Punkten. Adventure, so viel Tag Äh, Dialoge, jo Level Design, hab ich eben gerade das Verkehrterung gemacht? Ne, ne? Ne, eigentlich nicht Catherine Für die Dialoge Miguel, hauen wir sonst da mal hin Ich bin ja gespannt, ob wir hier wieder was Schönes rausholen können Marketing Magazin und Demos Oh, Proposition Borrow some Research Information Ja, probieren wir's Superheroes Wolle ich nur mal erzählen, ne? Das wäre Sieht doch verdammt gut aus So, komm Hau rein Die Punkte Marketing Small Campaign Jetzt hätten wir nochmal hypen müssen Ja, das wird auf jeden Fall Krasseste Shit In the hood So, ähm Die Bugs werden jetzt hier rausgebügelt Die Jungs werden trainiert Vielleicht noch die letzte Stelle gesucht Und Finish Okay New Combo auf jeden Fall Äh, Train Einmal Make me think Hab ich jetzt gespannt Okay Nicht so gut, ne? Sechser Sieben Ah, das ist nicht so schön Schade Ähm Ja, äh Don't repeat yourself Train Don't repeat yourself Game report War irgendwas nicht so gut Vielleicht die Punkte oder so? Das ist ein Äh, eigenes Ge-published ist Ähm Moderate responses Ja, das hat man ja mal oft, ne? Dass man Spiele Zum Spielen Eine Fortsetzung macht Und das dann nur so Halb gut rankommt Oder ankommt Ähm Story Quest Seems to be very important Ja, was wissen wir? Okay Play System Ähm Jawoll Research Was haben wir denn hier? Äh 15 Für Multiplayer Sonst nix Aber ein Topic Ninja Äh Du trainierst Auf jeden Fall Game Design for Pirates Ah, das geht fast 100.000 Ohne Publisher Haben wir jetzt gerade schon trainiert Oder so Das sieht irgendwie so aus Ich kann mich nie irgendwie so richtig dran erinnern immer Ah doch, kommt eine 5 noch dazu Aha So Auf jeden Fall haben wir hier das Play System Die 100k haben wir geknackt Schon mal ganz okay Wir können jetzt ein Publisher Die eigentlich gleich mal wieder machen Ähm Wir haben hier noch Racing Das habe ich noch nicht Okay Okay Du gehst auf Vacationes So Und wir machen ein Publishing Deal Was haben wir denn hier? Medium und 4 Hunting Haben wir nicht Live Casual Live Not Researched Any Genre Any Topic Any Anything Medium Major Jo Medium Major Topic Horror Ja, das hatten wir gerade eben Movies Ähm Prison Zombie Zombie Nochmal Zombies hier Zombie Zombie Action Für den PC Zombie Zombie Action Ja Oder Äh Keine Ahnung Vielleicht Ein Zombie Äh Ich weiß es nicht Ein Zombie Simulation Nochmal Zombie Action Oder was anderes Horror Action Haben wir auch schon gehabt Airplane Simulation Oh ja Airplane Simulation Warum nicht Für Erwachsene Kann man mal machen So, ich drücke nochmal kurz ein Stück Ich trinke ein Stück Ich trinke ein Stück Ja So, Engine ist wichtig Gameplay ist auch ganz wichtig Story and Quest nicht